Ich hab's mir bei der Beta 1.0, nein, nein, Beta, Beta 1.0.0, glaube ich, wenn ich mich ja nicht richtig täusche. Also auf jeden Fall meint, es hat 15 Euro gekostet. Bei mir hat es schon 25 Euro gekostet, glaube ich. Ja, aber da, da hat es. Weil es halt immer ausgereicht wird und so. Aber ich hab's mir auch in der Beta schon gekauft. Ja, ich hab's in der Beta einfach noch gecrackt gemacht und dann später hab ich's dann gekauft. Ich hab's einfach mal gecrackt zum Testen, wie es ist und dann hab ich's gekauft. Ich hab's ja am Anfang angekauft. Die Kühe brauchen Weizen, ja? Was? Für Kühe braucht man Weizen, ja. Okay, ich hab nämlich jetzt vier Weizen. Das ist gut, dann geh Kühe suchen. Okay. Los, los, junger Recke. Dann dahin tun, wo die Hühner sind, ja? Ja, das ist unser Gehege. Ja, okay, aber das war's, der wird schwer mit den Kühen. Ja, Alter, das ist doch ganz, sag ich. Ja, vielleicht sollten wir auch mal noch ein Schaf oder zwei dort reinholen in das Gehege. Brauchst du Wolle? Ja, kann man immer gebrauchen. Die kann man, glaub ich, auch mit, ähm... Ja, kann man auch... Alter, ich hab vier Schafe. Das geht auch mit Getreide, die Schafe. Ja. Ich hab schon drei Stück hier hinter mir her. Gut. Alter, wir können gleich übelst viel Kohle machen und ich hab auch noch Kohle dabei. Das ist die Bilanz von dem Loch. Geil. Nein, du blöde Schaf, komm mit mir. Ach, zwei reichen noch. Ja, ich hab vorhin aus fünf Hühnern zwei gemacht. Wenn mir drei nicht folgen... Nein, mir hast du das gemacht. Zauberei! Ich hab drei Hühner weggeportet. Nee, die, die wollten mir nicht folgen. Die hatten keinen Bock mehr auf mich. So, ja, das gibt's ja auch. Und das einte wollten wir ins Gehege einsperren. Das haben wir wieder, au, ins Haus reingepflogen. Das einte? Ja, das eine. Ja. Apfel, Apfel, gib mir Apfel. Hab ich, ja, ich hab einen Apfel. Apfel, 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 Apfel. Es wird wieder dunkel, ne? Kommt wieder zurück. Ja, Moment, ich will noch die Schafe, ähm. Ja, hol das Schaf und tu's dir. Ja, die sind sicher am Zaun, ich will sie. Die sind sicher am Zaun, die muss ich jetzt auch noch reinkriegen. Ich bin so dumm. Nein! Hopf, hopf das auf dem, äh, Weizen rum. Nein, ich hab, ich hab weggescrollt. Jetzt folgen die mir nicht mehr. Ich hab das Weizen aus der Hand genommen. Du failed. Lass uns einfach nicht über das Weizen drüber latschen. Ja, komm, lass. Da ist nirgendwo ne Tür, ne? Du musst durch das Haus gehen. Nein, no. Ich mach nicht mehr ne halb ne Tür. Komm, schub sie, schub sie rein. Komm raus. Nee. Komm raus. Ich bleib hier. Ich bleib bei den Hühnern. Hier ist seine Tür. Ähm. Ich bleib bei die Schafe. Puh. Ich hab nen Huhn gemacht. Uuuuh. Mit deinem linken Ei. Mit deinem Ei. Woll ich schlafen gehen? Ja, ja. Nee, warte, ich muss erst noch, ich muss erst noch, äh, Eisen brennen. Es brennt doch schon. Jetzt wieder, ja. Und ich muss noch... Ich muss noch Kohle nachfüllen. Kannst ja nicht in der Nähe, äh, du kannst nicht schlafen, es sind Monster da näher. Blobri, geh weeg. Ah, ich muss das hier, in dem Loch, dass du, wir haben, so, wir werden Monster spawnen. Ich wusste es. Alles ums Stück. Alles ums Stück. Alles ums Stück. Wir müssen noch nen Lagerraum anbauen. Ja, können wir auch unten machen, da, hier. Mach ich morgen früh und, äh, dann mach ich dann noch, äh, ein, äh, ein Schlafzimmer. Lass mal schlafen. Haben wir kein Essen, ne? Ja, nein, 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 nein. Wir müssen was essen, bevor ich schlafe, sonst kann ich nicht gut schlafen. Und, ähm, habt ihr Alzheimer oder was? Hä, was? Wir können schlafen, Monster sind in der Nähe. Hä, was? Hä, was? Ja. Oh, in unserem Keller sind Monster. Also, dann mach es auf und töte sie. Ja, ich hab hier kein... Mach du auf, ich hab kein... In welchem Keller? Hier. Hier, in unserem Keller. So, jetzt muss er das machen. Super, jetzt können wir den Keller wieder ausbuddeln. Oh, kopfdell, jei. Hier ist der Creeper! Geh doch weg! Was? Was? Wieso schlägst du mich, du? Aua. Warte, haben wir noch ein paar Fockeln? E, wie wär's denn nicht? Nein, nicht rein. Jump. Wo ist eigentlich der Creeper, der vorhin gebrannt hat? Der ist jetzt tot. Nicht tot. Oh, oh. Das war vielleicht nicht so gescheit. Wir lassen mal ne Fackel hier. Und eine Fackel hier, damit hier nix spawnt. Ja, und hier werden ich... Ah. Wo ist schon wieder das Teil, das ich jetzt hingeplatziert habe? Da. Hingeplatziert hab? Warte, ich puddel mich kurz aus. Ah. Hallo. Nein! Hä? Wir müssen gleichzeitig springen, komm, Pygmen. Spring! Warte auf drei. Eins, zwei, drei. Da ist noch ein zweites Ding, ne? Das wisst ihr schon. Tschüss. Komm, mach hin, mach hin, mach hin. Oh, Spiffel. Aua. Da ist noch ein zweites freies Ding, ne? Ach, Mann. Oh, oh. Komm jetzt. Wir müssen hier schlafen. Komm jetzt raus, da. Kopf, f***, ey. Komm jetzt raus, da. Ja, alles gut. Muss auch was essen. Daddy. Was ist das für ein Wort, Alter? So, jetzt mach ich mich an die Arbeit und mach ein Dachgeschoss. Jetzt mach ruhig paar Kühe. Ich dachte, du wolltest irgendwie Kühe farmen oder so. Ja, das ist seine Aufgabe. Ja, das stimmt. Los, Heide, los! Ich schaffe es schon. Gott, das ist ja nicht. So, ich muss es nach Treppen machen. Alter, als ich gegessen habe, mein Essen hat mich einfach so angegriffen. Dein Essen hat mich auch angegriffen. Ich hab's eigentlich gemacht, nein? Ja, ich hab's nicht verstanden. Ja. Wo soll die Treppe hin? Ich will die eigentlich... Das ist ja nicht so. Ich bau... Ich bau die Treppe hier hin. Ganz einfach. Das sind Kühe und hier ist auch viel Kohle. Okay. Hallo, Kühe. Als wenn du die alles geschlachtet. Mit Kühen hab ich Erfahrung. Echt? Ich hab mich nicht oft gesagt. Ich hab' das Schweizer, ey. Ja, mit... Mit... Ne, mit zweibeinigen Kühen meine ich. Achso, ja, ja. Was? Was? Nö, er schreckst wieder nicht. Nö. Komm, Tür, komm. Ja, folgen. Ja, komm, spring. Ich weiß, was ich vergessen habe. Befackeln. Nö. Echt? Wartet kurz, ich komme gleich wieder. Ihr könnt ruhig weitermachen. Bis gleich. Jupp. Bis gleich. Bis gleich. Ähm. Hab' hier schon zwei Kühe? Mmh, mmh. Du hast echt kühl gefunden? Ja. Geil. Ja, zwei Stück sogar. Hier ist sogar ein Berg, da ist noch Kohle drauf und so. Und gleich ein Schaf noch dazu. So. Was, willst du eigentlich Kohle holen, oder wie? Ne, ich baue unser Dachgeschoss für... Also eigentlich unser Schlafzimmer. Unser Dach... Unser Schlafgeschoss. Dann hat jeder sein eigenes Schlafzimmer. Dann kann jeder... Endlich. Dann kann jeder... Ja, menger. Aber so ein richtig geiles Schlafzimmer. Was? Machst du so ein richtig geiles Schlafzimmer mit, ähm, Wolle und so, mit Wolleboden? Ja, wenn... Wenn... Wenn unsere Schafe reif sind und wenn wir... Wenn wir halt... Scheren haben. Ja. Es braucht ja nur zwei Eisen. Stimmt. Müsse ich eigentlich auch machen. Mach ich gleich. Also Schafe haben... Hab' ich jetzt noch eins hier. Hast du eigentlich noch Glas in der Truhe? Ja. Noch... Acht oder... Also acht unverarbeitetes, also... Ja. Großes Glas. Hab' ich noch. Ich muss... Muss ich gleich auch noch Sound holen. Guck mal, guck mal, da... Da müsste ich sogar 16 vielleicht gehen. Guck mal nach. Ja, tue ich gleich. Ähm, dum, 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 dum. Hm, 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 hm. Hm, hm, hm. Hm, hm, hm. Hm, 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 hm. Alter. Deine Hintergrundgeräusche. Tut mir leid. Die ging doch nie im Episch, oder? Ne. Ich nicht. Ne. Na, alle Kühlsegelen abgauen, unser Schaf, auch, und die Hühner auch. Oh, 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 oh. Oh, Mann. Ja. Ja. Hol sie wieder rein. Wie denn? Tritt auf den Arsch, dann kommt sie schon wieder rein. Ein Mann, Schisskühl, komm, komm, ja. Ja, komm, 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 komm. Hau einfach den Zaun weg. Ja, komm, komm. Komm, du Scheiss. Es geht so, rein da. Ja, voll geil, Mann. Rein. Ja, fein, ja, fein, komm. Ja, genau. Nein, der ist Huhn. Oh, nein, der ist andere Huhn. Dummes Huhn. Gib mir was. Du dummes, dumme Kuh. Geh da rein. Nicht weg, Alter. Hallo, guck mal, guck mal, guck mal. Geh weg, du stehst im Weg. Ich will die Kuh reinschieben. Ich will die Kuh reinschieben. Schön die Idee. So, Thomas Schaf. Ups. Oh Gott. Oh Gott. Ich hab's nicht. Ich hab's gepaart. Du hast ein Baby-Kuh. 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 Nein, nicht das Schaf. Ich soll vielleicht nicht gehen. Das ist schön zum Beispiel. Ja, die Hühner. Mach, 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 mach zu, mach zu, mach zu. Gib mir irgendwie ein Stück Samen. Oh. Hast du mir, hast du schon weg? Ich lass uns schon weg. Ich kriege es. Komm, Huhn. Komm zurück. Komm. Geh zurück zu Papa. Komm zu Papa. Ich muss doch jetzt keine Huhn. Ach dort. Keine Huhn ist dort hinten. Ganz groß geworden. Gebt mir ein Stück Samen, sonst bringt das nichts. Ich hab ja... Moment. Ey, komm jetzt los, dann noch ein paar Mal vorbei. Ja komm. Ja, fein. Ja, fein. Ja, fein. Ne, ich muss... Mach die Türe auf. Ja, bitte. Und gucke zu das... Ähm. Wohin läufst du bitte? Keine Ahnung. Nein, du dumme Kuh. Du läufst jetzt nicht raus. Nein, du dumme Kuh. Du dumme Kuh. Irgendein Huhn hat gerade ein Ei gelegt. So, rein. Kommt. Ernsthaft jetzt. Es guckt nicht an. Papa bist du. Nein. Geh rein. Dummes Schaf. Alter. Alter. Dummes Huhn. Nein, nein. Es geht wieder raus. Mach doch den Zaun zu, Mann. Scheiße. Wieso denn die jetzt weg auf einmal? Habe sie doch mal, komm. Habe sie. Jetzt komm rein und mach den Zaun zu. Ja, ja. Aber wenn ich Zaun zu mache, dann fangen die mir nicht mehr. Ja, saft jetzt. Die dumme Hühner. Jetzt wollen sie sie eh nicht mehr. Jetzt mach den Zaun zu. So. Alter. Hühner. Ja, Gerd. Scheiße, ich hab zwei Eier. Oh, neues Huhn. Die brauchen ja so nicht mehr. So, da bin ich wieder. Schlagzeug. Dann lass das kleine. Das kleine Huhn brauchen wir wieder noch. Ja, 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 ja. Gib mir Sam. Äh, lol, das buggt im Boden. Ich verrückt gleich. LOL, Huhn, Huhn? Es ist hier. Noch mal ein paar Mal da rum oder... Hey, wo ist es? Hä? Es ist verschwunden. Es ist da. Ahja, okay. So, jetzt kann ich in Ruhe wieder meinen Dachstock fertig bauen. Ja. Ich hilf für deine Arbeit. Die, die liegt essen. Ich brauch wieder Holz. Ich hab mir den letzten Stack Holz genommen, ne? Ja, ja. Ja. Ähm, apropos. Kannst du mal gucken, ob in der Truhe noch Glas liegt? Ähm, Moment. Und noch wichtiger wie viel? Äh, es liegt 13 Glasblock. Dann kannst du bitte noch bisschen Sand holen. Ja, brauchst du Blöcke oder diese, ähm, fein Glas? Das, äh, das sind die Glasscheiben. Ja, okay. Okay. Ja, dann haben wir ungefähr davon, ähm, haben wir 32 Glasscheiben. Das reicht. Reicht das nicht? Ne. Lol, okay. Dann warte, ich mach grad. Und ich muss gleich Holz holen gehen, das, ich seh's schon. Äh, ich hab jetzt, ähm, Ich hab 45 Glas, also Sand, exakt. Okay, dann klopp in den Ofen. Ja, das reicht eigentlich. Ähm, ich brauch nur eine Spitzacke, weil ich weiß auch, wo Kohle ist und so. Dann komm her, dann geb ich dir meine. Ja, danke. Sowieso zwei Stück. Äh, na, wir haben noch Holzkohle. Ähm, dann gib mal her. Äh, einmal Samen. Ja. Einmal Spitzacke. Danke für die Steaks. Danke. Ja, bitte. Aber ich, brauch ich nämlich, weil ich vorhin Jolo-Style vom Dach gesprungen bin. Mhm. Um dir bei den Schafen und bei, bei, bei den Kühen und bei, bei den Hühnern zu helfen. Achso. Ja. Ja, danke. Aber ich weiß noch, wo Kohle ist, deswegen. Den Hohl. Jaja, bin ich gerade dabei. Ah, der Pac-Man ist ja auch noch da. Ja, jaja. Ähm. Friendly, Friendly. Friendly, Friendly. Friendly, Friendly. Ähm. Kannst du, kannst du noch bisschen Holz holen? Äh, klar. Also ich meine jetzt eigentlich Pac-Man. Ja, sicher. Bevor die Nacht einbricht. Ja, sicher. Ja, wir machen einfach beide. Ähm, doppelt Holz. Schöne. Ganz ehrlich. Brauchen wir noch Stein? Ach, das ist wohl ein bisschen einfach. Ich habe einige... Äh, wir haben glaube ich... Ja, wurscht. Jetzt ist mein Holz ausgegangen. Hm. Ich möchte eigentlich erst die, 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 die Grundrisse machen für das Schlafzimmer und erst dann die Fenster reinhauen. Weil jeder kriegt jetzt sein eigenes Schlafzimmer. Ja, schon gut. Jetzt aber. Äh, beim Schlafen gehen. Ich würde ja noch Holz dann... Ja, warte, mach ich den ganzen Müll mal in... ...die Kiste. Ähm, ach wir haben hier sogar noch ein Stack Holz. Ja. Dann nimm. So. Wollen wir schlafen gehen? Äh, ja. Warte. Mach erst noch das Dach fertig. Nichts, dass auf dem Dach ein Creeper spawnt und uns dann wegbombt. Habt ihr noch Fackeln? Dann leuchtet immer bitte aus. Ja, hab ich. Kohle. Sechs Kohle. Warte, hab 64er Stack Fackeln. So. Machen wir hier ein Schlafzimmer. Ich mach einfach mal die Grundrisse, damit ich mir hier so einen Plan machen kann, wie ich das... Ja. Ja. So. Ja. Machen wir die Schlafzimmer morgen fertig. Okay, ich hole morgen auch noch ein bisschen Holz. Ja. Ich auch. Das heißt jetzt? Ja, also jetzt. Ich hab zwei Federn. Ach, weil ich das Huhn gekillt hab. Ja. Und Minecraft Musik setzt ein. Oh mein Gott, das ist so episch. Ja. Du brauchst nur braunes Holz, oder? Ja. Nur dunkles Holz. Okay. Mann, wieso gibt's hier nicht die Mod da, wo alle Bäume sofort gefallen werden? Ja, weil ich das nicht reingetan habe und weil's pure Vanille in Minecraft ist. Vanille. Ja, dann hat Minecraft einen Vanille-Geschmack. Seit dem neuesten Upgrade. 1.7.4. Komma 9. Achievements getting wood. Geil. Du hast noch nie Holz geholt, oder wie? Ja doch, eigentlich schon. Ja, eigentlich am Anfang schon, aber... Ja. Oh, Ei. Doppel-Helbster. Ich hab ein Ei gefunden. In unserer Farm? Nee, irgendwo in der Pampa. Achso. Ja. Und ich hab'n Huhn gefunden. Ich werde es töten. Achso. Achso. Das Huhn ertränkt sich. Das Huhn ertränkt sich. Ich werde ihm helfen. Achso. 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 Ich weiß zwar nicht, ob bei diesem Texture Pack die Hühne auch weiß sind. Hm. Vielleicht sind sie ja auch pink. Haha. Ja, vielleicht. 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 Kann ja sein. Ich tue jetzt noch so lange Holz hacken, bis ich einen Stack hab. Ja, ich hab schon einen Stack unverarbeitet. Ja, super. Können wir gleich bauen gehen. Ja, bring schon mal bei dir die Truhe, wenn das okay ist. Nein. Spinnst du? Nee, sicher. Okay. Okay. Musst du wissen. So. Ich hab mein Stack auch bald. Ich hab jetzt 64 und 5 Holz. Ja, ich hab 64 unverarbeitet. Ich hab 60 unverarbeitet. Hier ist Eisen. Hier ist Eisen.